Eine Kugel noch rein. Jawoll. Jetzt haben die Quote Doppelt erfüllt. Um wieviel Prozent ist es gestiegen? Es ist eigentlich immer dieselbe Ablauf. Also ich habe vorhin Teamwettkampf gespielt, da war zweite Welle auch dieses Event. Dann ist es festgelegt. Ja perfekt, wenn er hier spawnt halt gleich. Ich warst mich bitte gefallen. Ich liebe diesen Event so sehr. Nein, ich bin runtergefallen. Komm, noch eins. Perfekt. Oh, hundertfünfzig Prozent. Ich habe jetzt Legende erreicht. Also bei normalen Modus. Ja, nach Boss plus drei kommt Legende. Das dachte ich bei Splatoon 2 auch. Aber jetzt bin ich einfach bei Legende. Ich war schon davor bei Legende. Aber das ist so schwer. Ich bin direkt mit Rennlips runtergefallen wie Dopp Boss. Echt? Ich bin direkt mit Rennlips runtergefallen. Oh, shit. Nein, ich habe doch meine Welt hier eingesetzt. Scheiße. Warte, ich habe dich gleich. Ich glaube wir müssen in der Mitte überleben. Ja, das ist zu heftig am Ende. Aber es geht eh um Highscore, oder? Also oben steht bei mir neuer Highscore. Aber die Belohnungen sind separat. Also, das finde ich cool. Und man kann seine Wertung nicht verschlechtern. Ja, ich spiele bis ich die zwölf Belohnungen habe. Und dann wieder rankt, oder? Die zwölf war halt. Wir haben jetzt zu drehen. Und jetzt machen wir das ganze Rennlips zurück. Wählen wir die Weibler. Also, das sind die Z fade, oder? Die Z Das sind die Zache der Zache der Zache der Zache. Ich habe nicht mehriépt gemacht. Aber es ist ganz viel Musik. Aber hier sind die Zachesendung. Also, hier sind die Zache der Zache. Jetzt bin ich runtergefallen. Schade. Ich bin so lost gerade. Danke. Ich glaube, ich schwimme gar nicht mehr rüber. Ich schieße die Eier rüber einfach. Ich schieße die Eier rüber. 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 Scheiße. Die haben alle mich verfolgt. Das stimmt. Ich schieße die Eier rüber. 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 ja gibt auf amazon sehr viele also der wo mein freund ausgeliehen hat der kostet 35 den kaufe ich mir selber auch so jetzt ich habe noch nicht alle belohnungen bekommen hast du gerade eine belohnung aufgemacht ich habe 94 oder so danach kann ich opening machen in einem video was krasses also bei superboni bekommt man immer was krasses ich glaube nicht ich wundere mich wie viel geld ich dann haben werde spiel also spielen wir jetzt ranked oder ich auch aber dafür muss man sich auch ach so man kriegt immer ein ticket beim stern oder da muss man ja alle waffen spielen ja dann ist gut ich kann nicht mit so vielen waffen umgehen ok ich öffne den raum wir haben gerade wieder herrschaft bei mir fehlen auch noch viele sachen ich habe den amperi klex geholt den focus profi klexa und den kelvin habe ich geholt drei waffen ist dir schlecht achso ich went woh ich 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 alte das ist krass ja ich hab vergessen team komplett zu drücken Ah. Voll gut, das. Der Gegnerische Team, Japan oder wie? Oh, shit. Ich muss den Umgang mit der Kugelkugel noch lernen. Jawoll. Ja, wann kriegen wir die Herrschaft eigentlich? Ich hab doch... Alter, was ein Scheiß. Ja, woher kommst du, Mann? Ja, immerhin, Herrschaft erlangt einmal. Perfekt. Ja, eben. Ich hab Attentity getötet. Hey, das Spiel geht jetzt weit, oder? Drei gegen drei. Das ist cool gemacht. Das sind so viele cool Kugeln, Mann. Das ist so. Das war aber wichtig. Nein. Wir müssen gewinnen. Doch, wir werden. Wir werden. Jawoll. Ja. 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 Ich hab zwei. Ja, bei cool Kugel war ich nicht Platz eins. Tut mir leid. Jeder hatte die Ulti gefühlt. Jeder hatte die Ulti gefühlt. Das ist so cool, dass man bei einem Stern schon ein Ticket bekommt. Da hat man Reiz, alle Waffen zu spielen. Eine Zeit lang. Ja. Spielt sie täglich das Spiel? Das Spiel, das ist eh. Das Spiel bockt so sehr einfach. Auch wenn man verliert. So, was ich an das Mal hinaus bewegt? Ich bin ein Ticket. Ich bin ein Tier gewunn�teres. Ja. Ich war ja auf schülen. Mit für einen Hosen. Damit haben wir die Lwert hier oben överh教vedderИge多 unterscheiden? adoles explores die 1. Das Nur auf 100. Nein, ich hab diesen Schild erwischt. Scheiße. Jawohl, der hat meine Brumme nicht gesehen. Ja, stirb halt nicht. Ja, wie kann man mit Knallschwapper treffen? Ich kann das gar nicht spielen. Jawohl. Ich find's so cool, wenn die Schild einsetzen. Alter, wie ehrenlos. Los. No. Läuft gut. Echt ist die so schlecht. Irgendwas. Ja. Ja. Ja, wenn er immer hochgeht in die Luft, kann man ganz leicht weglaufen. Jetzt ist es nicht mehr so einfach, aber wer mal schnell reagiert, kann man ihn tot schießen. Achso. Achso. Scheiße. Ja. Alter, wir dürfen die Runde nicht herrschen. Schade. Ja. Ja, wir hätten die Herrschaft nicht hergeben sollen. Ich probiere mal als Sniper zu schwimmen. Hä. 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 Mal zum Testen. Beim Event hat's so Spaß gemacht Alter. ja Echt? So was gab's? Cool. Yo, voll lebendig. Jawoll. Ja, komm doch nicht so nah. Alter, wieder gesnipet denselben. Der hasst mich jetzt bestimmt. Nein, meine Kana hat mich sküriert. Scheiße, derangere doch von der anderen Seite. Okay. Scheiße. Yo. Alter, wie ging das so schnell? Warte, ich geh jetzt mit meiner Ult vor. Wow, hat nichts gegeben, na? Ja, aber ich hab einen geholt. Warte. 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 Keiner ist gestorben? Perfekt Oh, wo kam der schon wieder? Ah, so eine Scheiße, ich hab doch eigentlich eingesaugt Da stand, Knallschwab hat dich erledigt Boah, du hast mein Leben gerettet Alter Ich muss mich im Proven damit Ja, am Anfang war ich nicht so schlecht Soll ich weiter spielen oder mit Sniper? Ich hab schon getötet Oh, schweb schon getötet Botanisch Ach, ich hab nur mit Sniper Ich habe jetzt 22 Follower auf Twitch. Yo, ich habe ihn einfach aus Zufall geschiebt. Ich habe ihn einfach aus. So blöd von mir. Hörst du mich? Ja, perfekt ey. Ja, was macht der auch hier in der Base? Ja, ein Jump, der rittet sich vom Schuss. Ja, um P. Ja. 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 Ja, easy verloren. Die haben so ekelhafte Waffen. Ja. 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 Alter, ich war so schlecht in der Runde. Ich nehme mal die, die habe ich in Splatoon 2 gefeiert. Ich nehme mal die Runde. Sind diese Bluffbomben gute Ulti? Ich nehme mal die Runde. Das heißt Sacrifice, aber ich habe es. Ich nehme mal die Runde. 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 Hey, warum beenden die das nicht? Weil es Rangkampf ist, oder wie? Dass wir zu dritt gewinnen können. Wie hat der cool Kugel überlebt? Ja. Bei mir stand. Ich habe ihn erledigt. Ich nehme mal die Runde zu holen. ja was ein scheiß alter kommt von hinten ich springe hinter ihm nicht schießt aber auf er dreht ein regenschirm und kann es wieder deutschen alter wasser in scheiß ja ich finde es trotzdem gut dass wir zu dritt so lange durchgehalten haben alter die waffe gefällt mir sehr stimmt wann kommen immer neue waffen bei großen abdates ja ich frage mich wie lange dieses spiel supporten werden ja und die switch die also die nächste nintendo konsole kommt ja warum haben die nicht darauf gewartet das verstehe ich nicht Ja, das wird hier im Zweiker im Zweiter und 17 von uns, oder? Ja komm, kill mich doch! Alter, warum stirbt der nicht? Ja, ich weiß, ich versuche ihn seit halbe Stunde umzubringen. Ja, aber der ist wieder zurück. Der Gegner führt direkt Herrschaft, der lange. Ja, dieser Krabbler, ey. Dass er 100 Stunden da drin sitzt, ist so schlimm. Guck, da ist er wieder. So ein Ehrenloser. Ja, wann stoppt die Herrschaft eigentlich? Tiger, was? perfekt ja wie wärs wenn du stirbst dank jawohl den noch holen geil einfach triple kill gemacht guck jetzt wie die versuchen zu übernehmen da ist alt gegeben wenn wir uns gut formatieren nehmen wir uns gut formatieren können die nicht gewinnen aber auf der map ist es am besten wenn man in der mitte links also da wo es nach oben geht wenn man da chillt wenn die zur herrschaft gehen kann man die von rücken angreifen das ist perfekt gibt es noch diese muränen türme map in dm schmied ja Perfekt. Erster Kill. Ja stirbt doch. Drei, vier Hits gelandet. Hä, was? Alter, wie kurios. Ja, ich hab das eh, offensichtlich. Ich frag mich, ob das jetzt bei deinem Replay drin ist. Der saubt. Alter, dein Ernst? Ich hab noch ein Highlight geschafft. Perfekt. Nein, ich hätte ihn fast gemullt. Alter. Ich will jetzt endlich... Bei welcher? Achso. Ja stirbt doch. Alter. Wirklich. Das Spiel ist so blöd, man. Immer der letzte Hit fehlt bei mir. Alter, übertreib mich. Ich kann grad gar nicht reden. Ja, das war's. Ich bin zweimal unnötig gestorben. Ich bin zweimal unnötig gestorben. Also, mein Laptop hat jetzt nicht die beste Grafikkarte, aber Intel i9 und so. Und 16 GB Arbeitsspeicher. Ich glaub 16 ist notwendig. Weil du, das Spiel läuft ja auf der Switch. Also, der Laptop muss nur noch die Bild übertragen. Mehr auch nicht. Also, bei der Capture Card, also bei meiner Capture Card kann man HDMI in zur Switch anschließen und den Out zum Fernsehen. Dann hat, da hast du ja auf deinem Laptop ein Bild und auf dem Fernseher ein Bild. Ach so. Ach so. Ja, stirb endlich. Danke. Ja, stirb endlich. Danke. Jawoll. Ja, meine Ulti hat einfach gekillt. Hätte ich nicht gedacht. Jawoll. Ich spring zu dir. Ich spring zu dir. ấp. Ja. Als ob. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ja, oh mein Gott, das war eine gute Entscheidung, da oben zu chillen. In halbe Stunde? Ah, okay. Ja, perfekt. Dann spiel. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich liebe Turmkommando. Was haben wir? Ja, ich habe eine Überraschungsbox. Alter, so viele Effektfragmente. Nice. Ja, diese Effektfragmente. Äh, 12 verschiedene, 3 jeweils, glaube ich. Ich hätte fast meinen Rang zurückgesetzt, oh mein Gott. Wann wird man sich verklickt und dann noch A trägt, Digga, dann ist es vorbei. Ich lebe ja gerade alleine, weil meine Eltern Türkei sind. Drei Monate. Das ist so schlimm. Und ich suche auch immer nach Essen zu Hause. Also, ist nicht schlimm. Also, mein Kühlschrank ist voll mit Getränken und so. Aber Essen nix. Bist du in der Lobby? Achso. Ich hole mir was zum Trinken. 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 Ich hole mir das Hart. Dann haue ich etwas leichtes zu treffen. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr als Trinken. Aber das ist schön. Ich habe dich leid. Ich habe keine Ahnung. Mein Kühlschrank ist voll mit Eistee, Alter. Voll cool. Es ist nicht cool. Oh. 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 Okay. Alter. Oh, das verstehe ich. Oh, das verstehe ich. Oh, das verstehe ich. Oh. Also, du machst Abi und was studierst du dann? Wenn ich fragen darf. Ah. Boah, schon lang. Ja, das Ding ist halt. man will ja im jungen alter auch geld verdienen weil noch mal jung werden wir nicht mehr nachher ich es 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 Wow, das ist super. Ja, ich studiere glaube ich Informatik, weil das mir gefällt. Und weißt du, Physik, da komme ich gar nicht klar, mit Physik. Ja, Physik ist auch interessant, aber mein Kopf gar nicht physikalisch. Spiel Sinoblade, nein, ich spiele kein Sinoblade mehr heute. Hast du mal Sinoblade gespielt? Also ich finde das Spiel bis jetzt cool. Ich habe so 15 Spielstunden gehabt. Ja, kommt er von hinten. Die Punkten glaube ich, ja. Ja, der hat schon wieder diesen Scheiß haben. Jawohl. Voll erwischt. Ja, guck mal, wie dreist. Ja, einfach Just for Fun spielt. Die Runde. Alter, was ist das für ein Wischer, ey. Ja, ich bin ein Wischer. Ja, ich bin ein Wischer. Ich bin ein Wischer. Ja, stirbt nicht. Er geht in mich rein, stirbt nicht. Ich hab nicht für einen Kill, glaub ich. Das ist so peinlich. Nein. Keine Ahnung. Ich blick auch nicht mehr durch. Ich hab's auch überlebt, komischerweise. Nicht mehr lang. Doch, nochmal überlebt. Krass. Alter, der schießt diesen Scheiß-Zintegrator-Ulti genau auf mich. Ich wusste gar nicht, dass das instant killt. Der Contra-Blaster kann ich ja gar nicht in die Nähe kommen, alter. Ja. 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 Ich hab schon geklickt, weißt du. lol ich hab's auch genommen was ein zufall ja man ich du schießt nach rechts ich nach links ist der Fernblaster gut überhaupt ja die sind alle balanced oder man muss halt klarkommen mit den Waffen was wie habe ich das überlebt also wenn ich den Gegner treffe und der ist in meiner Nähe stirbt der dann jetzt wissen wir punkten wer geht das oder was das ist der ja ein Hit bringt halt nichts gegen Sniper aber der Sound ist so satisfying ja ich hab ihn geholt ich hab doch geworfen so ein Dreck jetzt müssen wir wieder verteidigen ich hab einen gekillt Blaster ist ja super alter vor allem wenn der Gegner los ja also Two Shot oder die Waffe wenn man nur in die Nähe trifft ja ich hab das überlebt jawoll oh mein Gott jetzt punkten alle krass 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 richtig guter Wurz alter nur noch drei ja jawoll alter cool das ich k.o. bonus erlebe bei muschel kaos oh mein Gott wie ich meine Waffe ja nee doch nicht ich bin bei 30 erst gibt es zwei Katalogen achso ich bin beim ersten ja 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 ich hatte am Anfang ähm am Anfang hatte ich auch so 30 Stunden jetzt habe ich 100 irgendwas aber ich glaube du hast viel mehr gespielt als ich ich habe 125 Stunden bei drei und bei zwei habe ich 410 nein nein warum ja ist man disconnected wenn man im hohen bildschirm ist alter das ist zehn minuten geballt das war doch nicht mit absicht ich wollte doch nur kurz schauen das tut mir so sehr leid konnte man von split tune 2 auf 3 irgendwas importieren achso ich hatte auch drei oder so was mache ich jetzt eben kann ich eine runde selben spiel ich probier es mal ist ja was anderes aber wie geht es gut wie geht es dir lust mitzuspielen ich habe jetzt neun minuten passiert noch nicht ganz ich glaube nur der sektor 6 fehlt mir ich will den dlc holen hast du den dlc schon alter da muss ich mich auch beeilen habe es mitbekommen mit dem bad ok cool war ein richtiger fail ich wollte einfach nur wissen wieviel spielschutz ich hatte man ist überall gebrannt von online schade dann lauf ich einfach in der stadt so lang ich finde es auch cool dass man so viel mehr laufen kann wäre cool wenn man mehr mit der stadt hier noch mehr sachen machen kann man hat so viel fläche welches ach so ja das gab es stimmt ich auch ich fand denselben so gut vor allem diese finale levin alter die waren so cool alter der war echt cool da hat man so eine goldene nadel bekommen oder das war purer flex ich bin auch voll oft gestorben bei dem boss ja da hat man dann in der taktik herausgefunden ja hey loris was geht ja vom niveau her war es echt sehr schwer vor allem für ein nintendo spiel hier am bahnhof ist an der dlc was hier welle 1 dann oder was gab es da eigentlich kannst du dann normal in die lobby reingehen ja das weiß ich inkopolis heißt es oder kann man da irgendwas anderes machen außer nun die rumlaufen ach so aber dann ist der coole teil doch die wälder 2 das was kommt wie lang geht der band noch drei minuten was zu halten ja ja und dieser setting war so cool am anfang wo man die ganze statu eben malen musste oder alter weißt du nicht der kisten level da wo man die machen muss genau gleich vor allem da gab es eine waffe zum blaster halt und du weißt dass der die kisten ordentlich zerstört das war echt schwer damit alte heute halt mit alle waffen die level machen das habe ich auch geschafft das war echt eine krasse challenge ja 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 mann Aber ich fand die anderen Sniper-Level gut, wo man auf der Schiene war und schießen musste. Brot. Hast du dich erschreckt? Eine Minute noch, dann kann ich Raum öffnen. Habt ihr schon eure Spins designt? Ja, aber dass man überhaupt vom Spiel geschmissen wird, weil man im Homescreen ist, ist schon fatal. Ich war glaube 10 Sekunden weg oder so. Seht ihr den Raum? Okay. Danke, dass du dabei warst. Ja, ich spiele natürlich noch. Das Spiel ist erst klasse. Floris, kommst du noch rein oder? Ja, wir können schon spielen, eine Runde. Ich bin A-plus gerade. Ja, diese Aufstiegskämpfe sind echt blöd. Ja, fühle ich. Ich war sogar bei S. Ich habe bei der App gesehen, dass ich Rang S war. Ich habe mich gewundert. Ich bin A-plus. Ich bin A-plus. Ich bin A-plus. Ich bin A-plus. Ach so. Ich bin A-plus. Ich bin A-plus. Ich bin A-plus. Oh. Nein. Schon wieder durchgekriegt. Ja, der springt zurück. Aber sterben kann er nicht. Ich folge dir. Ich folge dir. Scheiße. Nein. Ja, sie sind alle auf mich gegangen, weil ich diesen Ding hatte. Ich frage mich, wo unsere Team-Mates sind. Alter. Was macht der? Unsere Team-Mates sind so behindert wieder. Alter. Voll belassen. Er hat's wieder überlebt. Ich glaub, ich spinne. Ja, wir spielen Turfball. Ich hab keinen Bock auf das. Ja, ich feier so haben. Ich hab keine Ahnung. Die haben ganz Base von uns eingenommen. Das ist die schlimmste Runde, die ich hatte. Alter, was? Ich hab drei Gegner hinten. 6 gegen 2 haben wir gespielt. Ich geh jetzt so. Ah, können wir rein, Joy? Ich bin drin. Hey, wir sind aber drei, Leute. Was machen wir jetzt? Oh, okay, passt. Ja, ich spiele Airbrush. Einfach so. Ich bin drin. Okay. 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 Ja, stimmt. Ich habe doch einen Sprengler, warum setze ich es nicht ein? Alter, voll blöd. Was? Du hast auch Airbrush. Egal, beide sind gleich. Außer die Dinger. Wehe, du färbst etwas. Spass. Nein, nicht du. Habst du Ding gesagt? Du bist ja hier. Ja. Ich wusste, dass du wegrenzt. Stimmt. Hahaha. Ich mag Türfahr, super gerne. Ich mag die Dinger. Ich mag die Dinger. Das ist ja hier. Ich mag das nicht. Das ist doch ein Ding. Ich mag das nicht. echt ich habe gesehen oben stand kurz gefahr da wusste ich schon okay no sweat hat heimlich gefärbt spaß 0 punkte 5 mal kugelkugel eingesetzt boah wenn wir turmkommando spielt muss ich sniper nehmen wie viele können den privaten kampf rein joinen eigentlich ja ich mach das macht mehr sinn ja stimmt nah und fernkampf mal schauen wer der besser ist spaß natürlich du rollo ist einfach rumlaufen spaß nein ich bin runtergefallen ja sniper verrät nie seine taktiken deshalb liebe ich turmkommando jo wie hast du mich erwischt ich war doch hinter der säule ja ich bin Was ist das? Was ist das? 10.10 Krater Yo, das war gut Yo Digga, geh doch aufs Turm Ich hab dich doch getroffen Noch dran willst du mich verarschen Spiel Ja, Mann Vor allem mit Sniper Ja, Nosvet ist der beste Fluch Spiel, wo ich kehren Der ist Wow Wow Scheiße Ich spring zu dir Bleib du auf dem Turm Alter, wo war der? Meine Fresse Wie ein Jumpscare Wie ein Jumpscare War der Vor mir Was für Wo ich abgedrückt hab Ich Alter Der X kam schon Boah, das war smart Wie ein Jumpscare 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 Ich liebe Sniper Ich liebe Sniper Hey wie jetzt? Das stimmt. Seid ihr bereit? Doppelklick, Empiriclick so. Ich liebe diese Doppelplatsche, okay passt, oh nein. Oh mein Gott! Wie hat er das überlebt? Der konnte nicht uns treffen, weil ich es hinter gesaugt habe. Nein! Ich hätte früher schießen sollen. Ja, aber wenn er mit Schwapper vor mir steht, ist vorbei. Oh nein! 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 Ja renn renn renn. Dein Weg ist offen. Schnell. Ja man. Welche Bombe von mir. Oh mein Gott. War gar nicht geplant. Ja dann ändere ich die Waffe oder bin ich alleine die Runde? Ok. Was soll ich nehmen? Ich nehme wieder meinen Main. Mit der bin ich gut in Rang kämpfen. Oh mein Gott. 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 Geil, Alter. Ich freue mich schon. Nein, ich habe alles verfehlt, Alter. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, die Map, weißt du, dieser Herrschaft. Ich weiß. Ich weiß. Keine Ahnung. Junge, die Herrschaft ist wichtiger als uns. Ja, das stimmt. Ich habe nicht mal einen Kinn, glaube ich. Ich habe nicht mal einen Kinn, als ich ihn erneut. Nein, ich habe nicht mal einen Kinn. Ich auch. Ich hab die falsche Platte Version Oh mein Gott, jetzt fällt es mir erst auf Ja, finde ich auch. Ich hab die falsche Platte Version Oh mein Gott, jetzt fällt es mir erst auf Ja. dieser platz ist halt so gebaut weißt du tinte fällt nach unten das ist physik physik weißt du doch das ist wie ein dinger wie nennt man das waagrechte wurf also es fällt nach unten die tinte das erschaffen macht gar keinen sinn oder ja lieber turmkommando weil da dauert es länger kann man waffen ding upgraden da das ist die waffe die ich wollte ja ulti macht schon unterschied jetzt habe ich die regenwolke nie das was mehr spaß macht ist mit hinten gerade auf dem turm zu sein oh oh ja Danke schön. Digga, meine Waffe ist keine Nahrkampfwaffe. Der Gegner führt. Ja, wahrscheinlich. One-Hit oder was? Jetzt hat er ein Problem. Ja, bringt mir nichts. Ich kann ja nicht in seine Nähe gehen. Das wäre fatal. Oh, shit. Und Regen hat auch ein bisschen geholfen. Hier, komm ein bisschen nach hinten. Ja, oder so. Ja, deshalb färb ich gerade das komplette Areal. Oh, shit. Jetzt regnet's nochmal. Wie irdus. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist das alles. Ja, das ist... Yo Man kann nicht bei Privatikampf leveln, oder? Magst du eigentlich Salmon Run? Ja Ja stimmt Warum mach ich nicht bereit? Weil so blöd echt So Kennsache Der Profi Klexer Fokus Was? 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 Aber da war doch Simpy Talks neben, oder? Was? 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 Da hat ein Hit gefehlt, den habe ich in der Luft gegeben Die Wolken Die Wolken sind wieder wütend Irgendwo beim Turm Jetzt so runter gesprungen Jetzt so runter gesprungen Was? 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 Mann, den Schwab verletzt. Ich weiß, ich habe die Waffen genommen, die mich am meisten abgefuckt haben, wenn die Gegner es gespielt hat. Ich finde die so OP. Selbst die ich habe. Selbst wenn du dich triffst, wenn der einmal in dieser Bahn steht, wo die Kugeln kommen. Fertig. Du musst gedrückt halten. Achso. Ja, wo die Waffe rauskam. Jeder hat das gespielt. Diesen wahrenen Schwaber. Und dann bist du mad, wenn die Sniper spüren. Ja, okay. Ja, stimmt. Der Slow. Scheiße. Wenn er das macht, dann musst du ganz nah stehen. Und den von hinten dann umbringen. x3-2-1. Geh. Scheiße. Ja. Martin. Das wird sein. Seth, seid ihr abhängig. Status leid戲. Ich treffe gar nichts. Ich auch nicht. Hey, ich war hinter der Säule. Guck, so fühlt man sich. Nein. Really loud, gell? Hä, warum das? Hä, warum? Ich hab nicht mal einen King mit dir, Waffe. Ich hab nicht mal einen King mit dir. Ich wusste, dass er ein bisschen Zeit braucht zum Schießen. Das ist halt das, was ich am meisten hasse bei der Ulti. Nein! Woher wusstest du, dass ich da bin? Nein, der hat gute Augen, ja dieser Sniper ist halt, ja deshalb liebe ich diese Warnschwapper. Als ob! Ja was? Ich warte, wenn er Sniper hat! Nein, Sniper, beste Waffe im Spiel. Wie hat er das überlebt? Der hat so eine ruhige Hand, weißt du? Ja man! Ja, aber das ist halt das geile an Sniper. Da kannst du auch alleine gewinnen, weil das eine One-Shot-Waffe ist. Aber Roller hat nicht so eine Range. Ja, Nahkampf ist auch was anderes mit Rollern. Imagine, imagine du hast die in der Rolle. Boah, ich bin zwölfmal gestorben. Warte, ich will auch Sniper nehmen. Ja man! Das wär cool! Ja. Am Ende! Gut. Ich hab das mit der Zielfernrohr. Ich hab das mit der Zielfernrohr. Ok, Reiss nicht mehr. Das war's. Ja. Ja, Zielfernrohr. Ja. Ja, es passt ja. Ich finde die Standard-Sniper so cool. Ich finde die Standard-Sniper so cool. Ja. Ja, man kann's halt halten, den Schuss. Hey, bei mir geht's nicht. Was muss ich da machen? Ach so, bei Ziel geht's nicht. Ich dachte, Turm ignorieren. Ach so. Ich hab's halt auch, ne? Wie er Turm als Dodge nimmt. Ja, aber guck mal, wie weit weg du bist. Alter, warum können wir uns nicht gegenseitig kühlen? Wie er wegrennt. Nein, ich dachte, er läuft weiter. Ja, war's für ehrenlos. Das ist ja der Sinn, der Ult. Alter, ich wollte dich erwischen. Guck, er kann besser Sniper spielen als ich. Jetzt ist es bewiesen. Nein, meine Ulti ist noch nicht voll. Irgendwo in der Tinte. Hä? Der Scan. Er ist ein wahrer Sniper-Spieler. Genau. Jetzt deine Ulti hat so meine Ziel-Dinger verschlechtert. Alles. 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 Gut. Boah. Nein. Scheiße. Nein. 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 Warum bin ich so dumm heute? Nichts. Immer Weiner Schüsse, Alter. Wir sind nicht beide oben. Nein. Ja. Alter. Genau kurz vor dem Sprung geholt. Ich habe nur einen Killer oder so. Ja. Welche Sniper jetzt? Ein Kill habe ich. Oh mein Gott. Echt? Habe ich die Waffe überhaupt? Ich habe die Waffe gar nicht. Was soll ich nehmen? Ich habe die Waffe gar nicht. Ich habe gerade kein Ticket frei. Ich habe irgendwelche geholt. Dann hole ich E-Liter. Ja, ich habe... Ja, was soll ich dann nehmen? Okay. Aber mit E-Liter-Chillig. Ja, ich mache einfach irgendwas. Oh nein. Nicht diese Map. Ich zeige die Umgebung einfach. Ich... Ich kann... Ich kann euer Duell einfach anschauen. Nein, mich nicht killen. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Ich schaue nur zu. Ja, er wird sich immer ein bisschen bewegen. Da musst du einfach mitgehen und dann loslassen. Was für eine Sensibilität hast du eingestellt? Weil das ist das Wichtigste bei Sniper. Ah, okay. Ich kämpfe nicht. Junge, lass mich in Ruhe. Hey. Sorry. Ich ziele nur. Alter, ich jetzt loslasse wir eben. Spaß. Ich schaue nur zu, wie er snipet. Ich schieße nicht. Hallo, ich schieße nicht weg. Junge. Junge. Ich hätte ihn 5 Millionen Mal geholt, gell? Aber ich habe es nicht gemacht. Ich schaue nur zu, was er macht. Lass mich in Ruhe. Junge. Nein. Er macht einfach Killgrab. Nein. Ich muss dich zweimal töten. Er. Ja. Ich schieße aber nicht. Verstehst du es nicht? Ja, okay. Ich verstehe es. Er kommt. Okay, dann ziehe ich auf Amma. Warte. Aha. Spaß. Du hast dich erschrocken. Ich töte dich nicht, keine Axt. Ich schieße ein bisschen ins Wasser. Ich snipe diese blauen Typen als Training. Bamm. Alter. Piu. Ich mache so komische Sachen gerade. Wie detailreich die Map ist. Richtig schön. Oh, was ein cutees Paar hier chillt. Bumm. He, Spaß. Das ist so cool, man. Bam. Warte, ich will ein bisschen. Alter. Die Wasser Grafik ist so nice. Sieht wie echt aus. Ich will da rein springen, Alter. Ich spring sogar rein. Die können ja nicht schwimmen, was ist das? Wahrscheinlich 20. Zwei, bis wir abziehen. Die sind unfair. Ja. Wie er ganze Zeit so einen Strahl hatte. Wie der Auge. Mal schauen. Ich hab den. Ja. Ich glaub genau gleich, oder? Weil. Weil. Wie wollen die Deutschen das übersetzen, bitte? He, he. Es heißt Alpha. Das ist so wie ne. Das ist wie so ein Spielzeugwaffe, aber sieht lang aus. Also. Wasser Pistole. He, he, he. He, he. He, he. He, he. He, he. He. He, he. He, he. He. He, he. Das war meine Main. Also. In Splatoon 2. Weil die lädt so schnell auf und wenn vor jemand steht. Ja, die kosten ja kein Geld mehr. Einfach mit Ticket. Aber als Bündchen 2 war geil. Vielleicht kriegt man den durch Leveln, oder? Ja, das ist gut, deshalb habe ich den weiß Bündchen 2 geliebt. Ja, das ist fast wie eine Inzip, nur halt One-Shot. Also von der Reichweite her. Ja, wird schon klappen mit der Zeit. Alles Goblet jetzt. Ich habe 200 oder so. Ja, die Rage reicht nicht. Wir schießen halbe Stunde rum. Ja, es ist nicht ungefähr, wenn wir von beiden Seiten kommen. Okay. Ja, ich habe einfach Gang runtergeschaltet und bin gestorben dadurch. Alter, ich bin echt schlecht heute. Ich glaube, ich... Oh mein Gott, ich weiß warum. Ich zappel gerade. Ich muss aufs Klo. Hey, wie hat das dich nicht getroffen? Ich weiß, was das ist. Ja, ich bin echt fit. Wenn du das nicht komplett alles umgehen würdest. Ich glaube nicht. Der Kloch wird nicht aus. Ich habe das nicht gewollt. Ich muss dispeln. ja wir waren nicht um ja die waffe war nicht umsonst meine wehne zwischen zwei boah da hat er ein bisschen glück alter ich bin ich bin während dem schwimmen ich hab mal in spiel 2 360 grad kill mit der sniper gemacht jetzt so eine sekunde später das geworfen ich wollte ich wollte ich wollte schon nach hinten springen aber es war zu spät das kann man schaffen aber jemand und jemand in der luft zu killen ist schwerer also wenn ich jetzt in der luft wäre da ja ich hab doch auch geschossen perfekt ich spring zu dir kein bock mehr zu schwimmen ja ich schätze oh nice ja ja Nein, ich habe die nicht gesehen, weil du dich dahinter versteckt hast. Boah, ein Millimeter hat gefehlt. Ei, wenn man ihn in einem Frame nicht mehr sieht, ist schon vorbei. Respekt. Ich muss aber echt aufs Klo. Ich komme gleich. Wie viel habe ich? Zwei. Schnell, ich will die Killzahl sehen. Ich habe nur zwei, neunmal gestorben. Ja, guck mal, die Punkte an. Ja, ich gehe kurz aufs Klo. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin wieder. Perfekt. Kannst du danach noch spielen? Ja, ich hätte Lust, Salmon Run zu spielen. Ja, das ist voll gut sogar. Ja, musst du probieren. Da behält man die Waffe drei Wellen lang. Ja, wenn du deine Lieblingswaffe hast, dann ist es gut. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Cool. Leute, ich hab'n Bronzenpokal. Beim Eventkampf. Da war so'n Ausrufezeichen. Du kannst ja Stream schauen. Haha. Achso. Ja. Findest du's cool, dass ich's streame? Alles. Ja. Ich dachte, jetzt kommen neue Leute bei Splatoon dazu. Aber nee, ich hab'n ganze Zeit noch einen Zuschauer. Ja. Ja. Aber trotzdem danke für den Support. Ja. Jede Person zählt bei sowas. Ja. Okay, los geht's F futures. W Kristin. Ja, es hat Tut mir hips muh pein. Ja, ich hab'n halt. ja habt ihr schon raum aufgemacht ja ist es für den verstecker einfach oder für den sucher ok in unter dem goldschiff schwarze ja ich bin drin keine ahnung ich habe sich geblickt ich kann nicht mehr wechseln oder ich kann ja du kannst doch mit der sniper da kommt doch zum kreuz wenn du jemand handlisierst oder nicht ja 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 War schon die cool Kugelfall? Wunderschöne Ich weiß nicht, ob wir jetzt schlau gefärbt haben, oder dumm. Ja, ihm. Er kann auch chillen. Und wir warten einfach dumm. Wir stehen so dumm da. Wir stehen so dumm. Öfff. Hast du dich schon versteckt? Hast du dich schon versteckt? Ja? Echt? Hallo? Du kannst dein Versteck jetzt ändern. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, was ist, wenn er mich jetzt findet? Muss ich abhauen? Ich darf ihn nicht töten. Achso. Wohin hau ich dann ab? Oh, okay. Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Ich hab mich bewegt aus Versehen. Hahaha. Alter Scheiße. Nein! Hahaha. Ich bin so scheiße, Alter. Warum bewege ich mich? Ich war so gut gekauert. Ich weiß nicht, wo du bist. Soll ich dich... Achso. Hahaha. Hahaha. Naja. Ich hoffe, er guckt den Stream nicht an. Hahaha. Hat er dich? Hahaha. Ja, er ist so gut. Ich bin so dumm. Warum hab ich mich bewegt? Hahaha. Hahaha. Okay, ich komm mit. Schnell. Wir haben noch 10 Sekunden. Hahaha. Okay, ich komm mit. Oh. Je voll smart. Voll smart. Wie war mein Platz, Nusswit? Wie war mein Versteck? Mein Versteck. ich suche ich ich wurde als erstes gefunden deshalb ja was soll ich benutzen sniper ja perfekt dann macht es mir spaß ja meine ulti ist hinten saugen also meine ulti bringt gar nichts für mich ja 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 er hat so viele waffen ja ein schuss drei ballons ich sehe es nicht also ich warte jetzt drei minuten oder zwei ok ich gucke auch nicht hin ich muss mich umdrehen so ich habe ja voll glück stimmt ich dachte bei zwei geht es los diesen ich habe ihn die gilt mich noch mit der und wenn du von mir flüchtet und runter fällt dann gilt es als verloren oh mein gott ich bin so gespannt drauf mein erstes mal suchen in meinem leben 3 2 1 let's go ja wenn ich jetzt ein schuss bisschen misse und ihr seid immer noch in einem mini fleck dann habe ich ein problem alter die web ist ja ja ich habe jetzt schon verkannt ja eine minute ist schon weg mit ja 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 wir legen genau ich finde euch nicht heißt es, dass ich bei euch bin? nein ey nein, ich wurde umgefallen ich habe voll verkackt, alter hä, da ist ein Sprengler woom? ach so, da echt? als ob oh mein gott wie blind ich bin ne ne auf der map mit der sniper war eine fatale idee muss ich wieder suchen muss ich wieder suchen ach so welche bombenhage ach so die granaten ja warum gibt es die nicht mehr die 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 Jo Jo Ja man Jawoll underrated Ich finde Splatoon 3 so underrated das Spiel Ich habe Spaß gemacht meine Spiele anzuschauen Eeeh 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 Was soll das nur weil ich euch nicht finde Soll das eine Tomate bedeuten Eeeh Eeeh Bring mich gleich um alter Eeeh 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 Suche geht los Eeeh 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 Ja! Jawoll! Ja! 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 Ja, ist er out of map oder was? Ja, der war da, ja, boin, hey, und ich hab's übersehen. Wer? Oh, oh no. Das ist für blinde, oder? Ein paar blinde, Leute. Ja, eben. Digga, ich würde am liebsten ganze Nacht durchzocken, aber ich hab morgen Fußballspiel. Ja und, die Nacht ist lang. Ja, ich bin. Zeig mal die Web. Geil, keine Sekunde vergang gefühlt. Ja eben, Alter wie, wie breitflächig ist diese Map. Ich töte dich ja nicht. Wirklich? Als ob die Reign so weit ist. Wo soll ich mich verstecken? Ja, mein Fischdick. Ich habe schon eine Route ausgedacht. Falls du mich findest. Ne, finde ich nicht. Man kann ja so ganz einzelne Flecken machen, wo es aussieht, als wäre da jemand. So ein Iron Man. Der versteckt sich dort, wo ich mich verschicken wollte. Ich habe es auf den Boden gelegt. Ich habe es auf den Boden gelegt während dem Rennen. Ich habe mich da hinten geworfen. Ich habe es auf den Boden gelegt. Ich habe es auf den Boden gelegt. Ich habe es auf den Boden gelegt. einen Blick rechts von dir. Schnell. Er ist draußen. Rennen. Rechts. Ja, geh, 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 geh. Der war überall. Er war überall. Das tut mir so leid. 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 Ich find die voll cool die Map Ich wünsche bei Splatoon 4 einen komplett neuen Online-Modus, irgendwas Shit, I fought Battle Royale and split you Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein ich wäre beinahe gestorben ich wollte den drink runterschmeißen jetzt hängt er da in der kante fest ww ww hehehe endlich in q nein ist doch nein ich wollte sich da drauf platzieren irgendwie sieht das cool aus ja das ist der held ist das krasse einfach ein trinkautomat auf dem ballon der kommt von hinten ich habe ihn doch erledigt vor zwei minuten ja genau ja als ob ja eben wir müssen was tun schnell war so ein scheiß in den letzten zehn sekunden zu sterben ja ja Ach, die Zuhanzug. Ja. Ich hab ja nicht seit Season-Anfang gespielt, ich spiel's ja seit einer Woche erst, richtig. Okay, vor zwei Wochen, ja, stimmt. Ja, okay, das erklärt alles. Ja, meine Kanase hat gefehlt. Ja, Alter, kommt, kommt alle auf mich. Das ist ein Cosmoplex, ey. Alter, so ein Drecksminigun, Alter. Ja, selbst wenn er drei Stück nicht trifft, sobald er fünf trifft, fährt sich. Ja, komm, holt mich von dort. Ja. 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 ja moin von vorne von hinten überall angeschossen ja 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 man sieht links die grüne farbe vorne oder das war ich als ob schon ganze zeit die selbe form ich hatte zwar auch das verfahren dann weiß mit uns zwei danach wieder aus ich glaube ich glaube ich dachte ich bin nur zwei runden warte ich echt ja nein ich bin gar nicht dabei spielte danach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hätte den jetzt auch, aber ich habe wieder die falsche Version genommen. Ja, die sehen genau gleich aus. Der braucht zwei Schüsse, ich drei oder was? Wir haben dieselbe Waffe. Ja, ich weiß aber, warum sterbe ich durch zwei Schüsse? Ich tippe es nicht. Perfekt. Wir haben dieselbe Waffe. Warum? Ich habe am Ende das meiste rausgeholt. Ja, ist so. Ja, ich habe dreimal Goldmedaillen. Ja, mir liegt es nicht. Das ist so großartig. 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 Genau. Okay, ich spiele nicht. Ich bleibe am Swarm. Spaß. Das ist so großartig. 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 Untertitelung. BR 2018 Warum bin ich gestorben? Ich habe doch Tintensauger. Ja, hinter mir war eine Banati. So unlucky. Ich mache einen Hit, der rennt um sein Leben, Alter. Ja, Alter. Was ist eine OP-Waffe? Wenn ich sie spiele, kenne ich die. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich habe einfach die Tinte von Gegnern gesaugt, damit die nicht mehr färben. Wir haben gewonnen. Was? Wir haben doch viel mehr geführt. Ja, Alter. Ja, Alter. guck meine punktzahl an und ich habe wieder drei goldmedaillen gehabt wahrscheinlich ich habe sogar gegnerfarbe eingesauft was soll ich noch machen um zu gewinnen ja in meiner base habe ich die verzeiht wer ist das bei uns und Was ist das? ja guck wer gewinnt grad guck da kommt der von hinten ich hab den so schön gesnipet das muss in den büchern stehen noch ein gesnipet oh mein gott ich liebe die sniper so sehr ich hätte ihn fast gesnipet obwohl er springt ich hätte fast ganze schossen 61 ja kaum spiel ich sniper wie gewinnt trotzdem mehr gefärbt als du ja airbrush airbrush färbt schon wenn du nicht mal schießt das ist so eine krasse waffe ich muss wieder aufs klo alter bin gleich wieder da ja 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 und ja alter nein ich wurde gekickt als ob ich zu lange gebraucht habe habe ich wieder ein bahn bekommen ja ich weine gleich kann man zweimal bahn bekommen an einem land ja wahrscheinlich Ja, spiel schon mal. Du kannst sogar zwei Runden spielen, bis ich wieder spielen kann. Nein, man ist komplett gewandt von online. Imagine, da stand jetzt so, ja, du musst jetzt 20 Minuten warten, weil du schon mal gewandt wurdest. Ja, du musst. Ja, das macht ihr 10 Minuten dann. Oh, du hattest paar Kills gegen den Profi. Bei Selma ist das Ding, der Sniper ist gegen diesen Bomben-Team gut, der wohl Bomben geschmeißt. Der ist One-Shot. Ja. Da, wo er... Weißt du, ist es dieser Schluck, dieses Großmaul-Event. Erkennst du den, der wohl viele große Bomben schmeißt, der wohl auf seinem Kopf aufliegt? Ja. 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 Hey, der ist voll easy. einfach deutschen und granaten der lässt mich nicht mal zielen es ist der unterhaltsamste stream was gibt zweimal 10 minuten ist nur sweat off achso was machst du gerade ja ich hab den so zerstört gegen den Splatbot kämpfen du kannst auch normale Runden spielen achso, ja dann welche Waffe soll ich probieren also ich finde bei normalen Modus bekommt man viel mehr Punkte vor allem wenn man vier Welten übersteht kriegst du immer über 340 Punkte oder so du musst bei Boss plus 3 oder plus 2 sein ich bin dabei Legende Radlachs heißt er guck der schmeißt erst die Granate wenn ich die R-Taste loslasse schwimmen kannst du nicht in der Tinte ist jetzt mein Bahn vorbei lass mich doch weiterlaufen 3 Minuten noch dann spiele ich auch Sender am Ende liegt es wieder an mir wenn wir verlieren 2 Zuschauer 2 Zuschauer wir kommen im Stream 1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 5 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 7 7 7 5 7 9 9 10 11 12 13 10 12 12 14 13 14 14 15 15 15 15 15 20 14 den Code gecheckt. Achso, Alter ich bin blind geworden. Ja eben, das ist ja das Team. Ja. 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 Loll! Hallo, ich will die Kamera normal machen. Was ist mit der Kamera los? Was ist mit der Kamera los? Oh, ich habe die Schirke. Ich habe die Kamera gemacht. Ja, wie cool, ich bin ja richtig scheiße mit dem Schwabber. Easy, da snipet er uns komplett weg, ich glaub das war echt verschossen, Dual Deep. Ey, wie kann man das überleben? Unlucky. Das war taktisch gut von mir. Was geil ist, du hast auf die Runde gewonnen, oder? Nein! Was, du hast die dritte Wave auch geschafft? Das ist mir noch nicht gelungen. Ja, es gibt ja auch unser Boss. Ach so, als ob. Relief hier einfach. Das muss ich jetzt auch spielen. Der Bun ist schon längst los. Eine Minute geht's noch. Der Refill. Ja. Der Refill. Der Scheiße. Das ist wie alles. Wie was aussah, Arte? Voll gut. Mit guten Teammates baut Selma ran, richtig krass. Als ob das gibt, alter wie cool ist dieser Modus, ich wusste gar nicht dass das geht. Am Ende, da steht Gefahr, Prozent, 5 Punkte oder so. Tschüss, danke dass du dabei warst, gute Nacht. Schau mal in den Stream, wie viele Belohnungen ich hab. Schau mal in den Stream. Denkst du das ist die letzte Welle bei dir oder gibt's noch eine? Ja aber fünfte Welle ist schon krass. Schau mal in den Stream. Boah krass. Ich hab drei Runden gespielt, mein Highscore ist 70. Hast du meine Belohnungen gesehen? Ah, jetzt kann man die nicht weggehen. Das ist richtig cool. Das wusste ich gar nicht. Der Feind ist krass, ist ja viel. Der ist cool. Wie heißt der auf Ende. 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 Wir kommen ja. Also Obviously gegen 3 allen gewonnen. Der ist so einfach zu gewinnen. Da ist noch einer. Jetzt merke ich, dass ein Problem ist mit dir. Du magst ihn ja gar nicht. Wir haben 20 Stück gesammelt. Siehst du die Quote mal 2? Ja ihn. Jetzt ist die Schwierigkeit doppelt so. Weil wir die Quote doppelt erfüllen. Da ist er. Da ist so eine Linie. Da musst du aufpassen. Da ist er. Da ist er. Ja. Bei uns ist ein Gold nacht. Boah, die... Kommt eine hierher. Ja, das ist... Ich hab Welle 3 immer verloren. Ich weiß immer gleich, wie sieht die Welle 4 aus? Ah, das ist dann einfacher. Welle 4 ist dann einfacher. Ja, das ist auch mein Lieblings Event. Das ist mein Lieblings Event. Weil die so einfach ist. Nein, Sniper ist bestimmt nicht. Scheiße. Das meine ich bei Welle 3. Das ist immer so. Bei ihm ist es immer so, dass es so viel abgeht. Wie lange kannst du noch spielen? Ich bleib bis 3, oder? Ich bleib bis 3, oder? Egal. Jetzt spiel ich mit Feindes. Färbel. Fing ich gut. Kann... Kann... Du kannst dich doch... Aber du kannst dich trotzdem gut verteidigen. Wenn vor dir viel los ist, oder? Du kannst dir essen. Dro présent ein Ingenieur geist. Endes in Find. Du bist hier. Du kannst du einmal hier fragrance. Es wird sprachfest. Das war's für heute. Ja, erste Beine ist richtig einfach. Doch, da war der in der zweiten kurz drin. Die Granat ist rausgeflogen irgendwie. Keine Ahnung wie das geht. Ja, ist nicht schlimm. Wir kommen bestimmt wieder 20 rein. Okay, kann man die Ulti öfter benutzen als zweimal. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, ich sterbe so unnütig. Aber guck, jetzt wird's nicht mehr so viel steigen. Jetzt wird's bis, wieviel Prozent? 100... Ne, 90. Genau. Ja. Ja. Zeig. Ja. Ja. Zeig. Ja. Zeig. Ja. 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 Das stimmt. Ja. 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 Egal, auf eine Kugel kommst du drauf nicht an, viel wichtiger ist die Goldene direkt zu besuchen. Warte, ich hab dich. Einmal ist hier Goldene gespawnt, direkt am Kopf, das war so cool. Komm schon. Perfekt, 28 Stück. Oh mein Gott. Ich hätte 180 Stück erwartet, weil wir die Quote mal 2 gemacht haben. Perfekt, lauf weiter, ich kill den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein 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 Gott. Ja, dieser Event mit dem Korb, der bringt die meisten Goldkugeln. Ich hatte bei normalem Modus 58 Stück. Das ist so krass. Am Ende hatten wir 130 Kugeln. Ich warte hier. Ich warte mit meinem Mann und ich will, die wir hatten. Ich lock den her. Ah, schau. Aber einerseits geht's auch darum, die meisten Funkelein zu sammeln, in allen Wellen. Nur 14 gesampelt, nicht mal 1,5. Eigentlich gut. Guck mal, wir müssen nur 11 sammeln. Weil wir direkt wussten, dass er hier ist, sind wir schon hier. Ja. Jetzt hier hinten. Egal, ich gloriere es. Wir müssen bis die Tode. Ja, ich hab nicht mal getroffen, ey. Der Diener-Roller muss eigentlich vor dem Maul chillen und einfach nur laufen. Dann macht es uns so viel einfacher. Ja. Ja, ich bin tot, wenn ich das alleine besiegen will. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Genau. Ja. Ja, ich bin tot. Ja. Ich bin tot. nicht hundertfünfzig, hundertzwanzig, guck, aber du hattest bestimmt welche drei hundertzwanzig davor, oder? ja, hi, oh nein, die Tint ist leer, jetzt hab ich dich ja, dann warst du, genau am Rand ja, 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 ja ichiede ratzack, fast geholt, alleine,brauch hilfe hier doch wir schaffen es vielleicht doch ich habe mich verlesen ich dachte wir brauchen nur 16 irgendwie macht es keinen unterschied weißt du viele belohnungen nicht jetzt guck mal ich will wissen wo der limit ist vielleicht hört 299 hast du schon geöffnet effekt fragmente ja hier kann man die waffe wählen ich glaube ich nehme den sniper sogar ach so ok ja alles gut danke du auch ich denke dass dabei war ja fußball ja Okay. 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 Das war so schön, ich dachte, ich hab's gut gemacht. Das war so schön, ich hab's gut gemacht. Das war so schön, ich hab's gut gemacht. Das war so schön, ich hab's gut gemacht. Das war so schön. 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 Und da. Nein, nein, mein Ulti ist weggegangen. Ja, ich schaffe die Welle 3 irgendwie nicht. Aber jetzt könnte es sogar klappen. Oh, noch 5 Kugeln, nein. Schade, Feierabend. Egal, noch ein Try. Ansonsten spiele ich normal, da bin ich Legende. Also, wird unterhaltsam auf jeden Fall. 24 Kugeln, sieht gut aus. Okay, eine Belohnung noch. Wulfinator, was sind deine Mains? Allgemein, oder? Also, ich spiele gerne mit dem N-Zap und mit dem Klecks Konzentrator mit Zielfernrohr. Ich hab den Dino-Roller, richtig nice. Ich bin schon gestorben. Ich bin schon gestorben. Okay. Ich schnau die Tüge. wenn die Binte leer geht bei der Waffe ist krass erstmal ganz aufrufen würde ich sagen ich geh jetzt auch ins Bett bis dann bis dann danke auf jeden Fall danke für den Support wünsch dir eine schöne gute Nacht 21 also ich glaube 21 ist maximale für Welle 1 jetzt müssen wir hier runter ja ey ey geht nicht ohne mich der Diener Roller Typ ist hier einfach chill ist die beste Taktik die anderen erledigen so manchmal begreifen die das nicht dass der Diener Roller das kann ooi ooi ich danke bei den Bino Mimisum gebraht werden ooi 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 Jetzt kommt ihr in die Mitte! Nein, ich bin runtergefallen! Das war blöd. Ja moin! Tinte geht einfach leer. Aber wir haben 30 Kugeln gesammelt, das ist voll gut. Wenn euch der Stream bis jetzt gefällt und ihr mehr Splatoon 3 Content haben wollt, könnt ihr gerne ein Follower lassen. Perfekt! Sehr schön gemacht! Ja, ich brauch zu lang mit dem Team, aber ne? Nein! Nein, dieser Rückstoß ist zu stark! Ja, Hilfe! Hilfe! Hier ist der letzte! Ich geh schon schnell! Ich hab den Rackzack kaputt, schnell gefangen! Egal, nochmal Leute! Wir haben immerhin Stapler geholt! Ja, das war's! Da ist er! Na, schade! Aber Welle 3 ist zu hart einfach! Da braucht man drei krasse Leute im Team! Jawoll, alle zwölf Minuten bekommen! Ah! Jetzt muss ich kurz die Belohnungen abholen! Man kann nur 99 haben! Dann hab ich einen gewastet! Egal! Da mach ich den Opening jetzt! Okay, interessant! Gegen... Faden2000! Der kriegt einen Stern! Die neue! Gegen Faden2000! Der kriegt auch einen Stern! Die neue! Gegen Faden2000! Der kriegt auch einen Stern! abgezogen. Ne. Okay. Da kriegt er nochmal einen Stern. Das ist gut. Boah, viel. Der wird abgezogen. Gute Fragmente. Da gehen beide weg. Ne. Action Plus. Nein, Action Plus. Boah, die neue sieht sehr gut aus. Hier. Die neue. Ja, ein Ticket bekommen. Schön Tempel. Das ist interessant. Der Stern geht weg. Hier auch. Die Fragmente. Die Fragmente. Super Spong, oder? Ne, die neue sieht besser aus. Also auf meinem Geschmack. Die Fragmente. Nochmal. Boah, Alter. Wie viele Omis das sind auf einmal. Lauft den Gefluss. Für die Spezialstelle. Die neue. Sekundäre. Ne. Perfekt. Ja, alles geöffnet. Das ist der Shop. Ich will noch nichts ausgeben. Geht's normal sein. Dann wurde es. Hier ganz lecker. Ich will das kannst. Ne. Na vor. Legende, habe ich mich erst kurz im Buch gespielt. Fernblaste. Also jetzt ist alles wieder Zufall. Ich habe mich fast erschrocken, Alter. Boah, perfektes Timing. Nein. Ich hasse es, wenn immer so ein Mini-Tintenfeld auf dem Boden ist, und du nicht abhauen kannst. Hilfe. Ey, diesen Tief nicht zu fehlen ist das Beste eigentlich. Alter, es geht jetzt schon ab. Das ist einfach lebendig. Das ist so insane, was hier alles abgeht. Ja, ich zünde sogar die Kugel. Nein, nicht sterben. Oh, scheiße. Egal, wir haben die Quote erfüllt. Das ist was zu. Wenn der eins war schon. So heftig, ey. Ich bin wieder der Schneider. Ich bin wieder der Schneider. der Schneider. Der Schneider. Ja, gar nichts getroffen. Ich mag den Boden nicht. Ey, kann doch nicht sein. Ich hatte den Boden nicht so viel weg. Okay, jetzt war überstehens wichtig. Ja, wir haben die Hälfte schon. Sehr gut. Ah, viel zu spät geworden. Jawoll. Komm holen wir den auch noch und den auch. Perfekt. Okay, Hilfe. Wir haben sogar dominiert, die Wolle. Nein, wir dürfen sterben. 31 Geben, das ist gut. Welcher Modus? Ah, ich feiere es nicht so. Aber... Komm, zerstört den Rackzack. Den mag ich am meisten nicht. Jetzt muss ich da durch. Okay, wir haben die Wolle auch. Okay, wir haben die Wolle auch. Okay, wir haben die Wolle auch. Perfekt. Hey, die Teammates sind echt sehr gut. Maschallah. Komm schon. Noch mehr Kugeln sammeln. Noch mehr Kugeln sammeln. Ja, da könnte man schon was zünden. 34, krass. Wir haben schon 3 und 7. Boah. Stream geht schon 5 Stunden. Also in dem Stream spielt ich Revierkämpfe, Rankämpfe, Sälenmacher und so weiter. Manchmal mit der Community, aber... Auch... Oft... Alleine, online, gegen andere Leute. Bin relativ neu auf Switch. Deshalb freut, dass ich immer noch Zuschauer habe. 299 Punkte. Warum nicht 300 Punkte? Egal. Auf jeden Fall. Ich frag mich was nach, wie gehen die kommt. Meine erste Legende-Runde. Guck an. Das war wichtig. Gut, dass ich den Bogen die erste Welle habe. Ja, mein Lieblingserwund. Wir schießen alle so. Okay, das ist noch viel Wasser. Gehen wir weiter. Oh shit. Ich dürfte nicht hier chillen. Perfekt. Wir haben ihn geholt. Die kleinen sind auch gefährlich in einer Hase. Aber leicht zu besuchen. Aber leicht zu besuchen. Wo ist der Goldene? Boah. Wer der am Spawn kommt, wäre besser gewesen. Und den Bullen haben wir schon. Boah. Der Solm bildet. Ich würde mich nicht mehr sch destructive. Ja, wenn ich jetzt mal raus. Einen Bogen. Einen Bogen. Oh shit. Halt. Deriviert. Wie oft die auch spawnen. 32 Stück, erster Regel, voll gut. Mal gespannt auf den Oberbass einen nehmen kann. Der könnte auch sehr interessant werden, bei Legende. Nein, du sollst nicht hochgehen. Lichtfliegen. Ah, feiere ich nicht so. Scheiße. Immer sterbe ich beide Runde. Hallo. Ja, die schuppen mich runter. Perfekt. Ah, das ist nicht gut. Die Taktik sind da. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, das war sehr klein. 24, 24. Perfekt. Die letzte Woche. 100 Sekunden Zeit. Wird spannend. 26 googeln müssen. Nein. Regen wird nicht holen. Oder Rackzack. Oder Rackzack. Ja. Komm. Noch einen rein. Ja. Perfekt. Komm. Ich heil dich. Weil ich auch ne Heilung brauche gleich. Ich heil dich. Ich heil dich. Ich heil dich. Schieß einfach. Ich will ihm helfen. Nein. Alter. Scheiße. Ja. Die Welle ist weg. uno-Flaimed. Feueramt. Egal. war trotzdem die wertung geht nicht runter ja gehalten also der stream geht bis ich die ersten zwölf belohnungen habe dann beendet ich den stream mit dem knallschwaffer bin ich auch nicht so gut aber ich gebe natürlich mein bestes ich finde fern und kleckstopper am besten ja der bogen geht auch wenn ich den dem spell ja 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 schlechte ja Oh, mein Gott. Der Bietend ist leer. Ja, das Wichtigste ist auch die Kisten zu holen. Aber die gehen auch nach einer Zeit kaputt wieder. Wie kam der Muttership schon mal? Was ist denn? Oh, scheiße. Jetzt kommt hier. Die Runde mit. Da war ne gute Runde. 27 Stück. Wie gute Welle war das? Nicht die Beste, aber die war gut. Fernblaster. Oh nein. Das heißt bei Welle 3 wird ne Waffe kommen, die ich nicht spielen kann vielleicht. Da ist der Stall. Da ist der Stall. Folg mir bei Ihnen. Wo ist der Regner? Ah, und da kam der Fisk. Ich habe ein bisschen zu viel gezählt. Wir schießen die Richtung. Perfekt. So kann man es auch lösen. Schnell. Das Wichtigste ist so viele Besse wie möglich zu besiegen. Weil sonst, wenn die zu viel sind, dann ist es vorbei. Und jetzt? Komm. Perfekt. Kann man es so schön ausnutzen, immer. Nein. Ah, ich kam nicht hoch. Wie fähr ich? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe mit der Kuh gelesen. Kuh gelesen. Kann ich die 3 noch reinmachen. Wir haben es nicht geschafft. Was? Nein. Unlucky. Oh, es wäre jetzt 2, wenn du so kommst. Hab ich einen Fehler gemacht? Oder? Ab nach unten, schade. Ja, bei Boss Bus 3 hatte ich bessere Runden. Neues Abzeichen bekommen, nice. Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen Abend. Also die Hälfte der Vorderer, wir haben schon. Dann endet auch Mainstream. Aber ich bin sehr glücklich, dass ihr mir zuschaut. Wir schießen. Der soll weiter hierher kommen. Perfekt. Spawn wir auch nicht lange, alles zu spawnen. Wie viele Wachzags haben wir gerade? Und wo ist der? Das ist die wichtige Frage. Da kommt sogar noch einen. Dann ist der bei mir. Nein, nicht da. Hast du denn auch einen? Ah, Wachzina. Ah, Wachzina. Ah, Wachzina. Schnell, geh hoch. Schnell, geh hoch. Ja, es war cool. Herzball. Drei Google Reihen gemacht. 29, das ist sehr gut. Über 30 ist krank. 29, das ist auch sehr gut. Wo ist der zu? Der raum ist der Typ. Ja, vorne und hinten kommen sie. Ja, Alter, vom Rückstoß bin ich gestorben, sonst hätte ich es überlebt. Hilfe, ich werde dich von hinten attackieren. Irgendjemand schmeißt eine Bombe oder so. Jetzt bin ich auch gestorben. Also an Google liegt es nicht, weil wir haben hier überall Google. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Also weg von der Mitte am besten. Oh mein Gott, Doppelklicks in der letzten Runde. Jetzt kommt wieder ein Event. Einer der schwersten. Vielleicht sogar das Schwierigste. Ich kann nicht mal springen, weil ich keinen jetzt hinter hatte. Ich habe noch eine Ulti, die werde ich aber am Ende benutzen. Ich werde es bis zum Ende schaffen. Okay. Ja, der wird sterben. Komm, hilf mir. Ich bin der letzte Spieler. Was? Gar nicht gesehen. Ich bin der letzte Spieler. Ich habe mir geboren. Ich habe getan, was ich fand. Erzündet doch alle eure Ultis. Ich verstehe es nicht. Ja, immerhin sie im Kugelwein getragen. Ja, das ist echt schwer. Legende ist echt krass. Vor allem mit Randoms. Noch 4 Belohnungen, oder? Ja. Wenn wir die Welle 3 schaffen sollten, wird der Overboss kommen. Darauf bin ich am meisten gespannt. Ohne Welle 3 kommt er nicht. Und man muss Welle 3 bestehen. Ah, die Arbeit. Ich denke mal, am schlimmsten Fall stehen wir noch 4 Runden. Am besten Fall 2. Das ist meine Vermutung jetzt. Twistringer, ey. Ich feiere die Waffe jetzt eigentlich. Verdammt. Ich darf nicht davor, dass ich direkt schirre, aber ich bin nur mit dem Hutschuss gestorben. Da ist der Mann. Der Fugler, der Fugt. Ja, scheiße. Ich wollte mich wieder hochschießen, oder? Ja, die Hutschkriegs in den Hutschkriegen. Ja, die Hutschkriegen. Ich habe nicht mehr die Hutschkriegen. Ja, ich habe nicht mehr die Hutschkriegen. Das ist echt gut. Danke. 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 Ey, euer Ernst? Der hätte nur noch eine Kugel reinmachen müssen. Mann. Jetzt geht die Bewertung richtig runter. Ich glaube, ich verlasse noch ein neues Matchmaking. Ich will nicht mit denen spielen. Ich habe sechs Kugeln. Guck mal, der eine. Hat nur eine Kugel. Kann doch nicht sein. Ja, wir enden. Wir warten bis hin. Am Ende, ich bin wieder bei denen drin. Das wäre lustig. Selbstständig. Und dann kommt's von der Steine drauf. Die Steine drauf. Ich gehe nicht auf, wenn du das kannst. Ich bin bei denen drin. Heute geht's ein Kugeln. Mann. Ah, die haben wir ihn. Der ganze Stream wird auf YouTube hochgeladen. Ja, mein Lieblingslubes. Das ist ein Wunscherz. Nach dem Anfänger wird das System herzure. Widerst du den Gehäuern ab. Es ist ein Wunscherz, das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Was ist ein Wunscherz, was ich? Der Gehäuern ab. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Der Gehäuern ab. Da hoch zu schiessen ist nicht so einfach. Das finde ich mich mitnimmst. Aber 36 ist immer noch krass. Also ich habe mal geschafft mit einem Team 58 Stück zu sammeln. Bei dem Event. Deshalb ist es mein Lieblings-Event. Das ist so krass. Natürlich brauchst du bloß drei, aber zwei Legende schafft ich schon. Aber nicht auf dieser Welt. Weil dieser Schiffsrack ist hoch und da sind viele Schüsse daneben gegangen. Ich halte nur noch unter diesem Ufo den linken Scherben. Danke schön. Wo ist Kanonia? Ja. Vielleicht, der muss ja am Ufo sein. Scheiß auf allem. Hilf dem, Bruder. Nein, ich bin zu schnell geschwommen. Oh Gott. Hilfe, schnell. Ich habe dir auch geholfen. Falls ich sterbe, Welle hingetan. Nein, die Welle ist weggegangen. Feierabend. Es hat einfach gar nichts gekriegt. Das Team zu wechseln. Nee, das sind sogar dieselben. Oh mein Gott. Ich spiele sonst keiner selber mehr oder was? Alter, ich will echt nicht die Wertung verlieren. Okay, noch zwei Belohnen. Der Fernblaster macht so viel Schaden. Das ist so geil. Selbst den Kindern zwei schießen. Selbst den Kindern zwei schießen. Und die Armand. Das fühlt sich an wie bei Teamarbeiten. Perfekt. Leute, starb das mitgestorben. Schwimm doch. Doch, ich hab gedreht so gut, Leute. Ja, hilf dich. Egal, ich hab's überlebt, das ist was zu tun. Was ist da runtergefallen? Was? Da war doch alles blau. Der kann mich doch da nicht töten. Nein, der hat geblockt. Ich konnte mich nicht bewegen. Schnell, hilf mir. Perfekt. Ich weiß nicht, ob die Ulti nötig war, aber ich hab's mal benutzt. Und das könnte die letzte Runde sein. Oder die zweitletzte. Ich bin langsam nicht mehr. Wir haben fast 4 Uhr. Ich bin langsam nicht mehr. Ich bin langsam nicht mehr. Ich bin langsam nicht mehr. Ich bin langsam nicht mehr schluss. Ich bin langsam nicht mehr. Ich bincessors. Jetzt ist es nicht traurig. Scheiße. Ich muss die beiden helfen. Ja, jetzt krieg hier ich. Alter, 30 Sekunden noch werden nichts gemacht. Guck, so ist die Welt. Du rettest jeden, aber keiner kommt dich bitten. Ja, war klar, dass hier alles stimmt. Das hasse ich so sehr. Ja. Zu viert kann man eher gewinnen als zu dritt. Viele Punkte. Ja, Schrott. Ja, 10. Nächste Runde wird entscheiden. Okay, letzter Match. Hoffentlich. Das Spamming ist besser, oder? Warte. Ja. Finde ich auch. Dann streut sich die Attacke mehr. Dann trifft man alle. Wenn man gegen einen kämpft, kann man auch so machen. Dann macht er übelst viel Schaden. An die Art. Vermutlich die letzte Runde heute. Ich weiß nicht was. Der Spiegel geht hoch. Ich sehe sie jetzt. Er rennt auf. Nicht wie die Scheiße. Wir müssen einfach in denselben Abständen überleben. Was? Wie hat der überlebt? Ist mir so egal ob mein Hund jetzt weg ist. Wir haben mich runter geschießt. Letzter Spieler! Stirb nicht! Mach was! Was? Ja, alle leben wieder, geil. Scheiße, ich krieg auch um die Zündung. Nein, stimmt doch nicht, Alter. Wie lächerlich, Alter. Lieber schaffe ich die ersten beiden, wenn ich benutze die Unter. Einfach das nicht zu schaden. Merde euch das in dem Spiel. Boah, Boss plus drei wieder. Und, es hat nicht gereicht. Dann machen wir noch ein Match. Alter. Echt. Traurig. Aber vielleicht sehen wir noch den Oberrost zum Schluss. Was? Ja, dank den Leuten bin ich jetzt runtergeschuft worden. Wenn ich der letzte Spieler bin, dann gebe ich alles. um meinem Team mit Hilfe zu helfen. Nein, Schlaufer. Ich bin noch kein Freund davon. Ich glaube, der Weg klingt da auch öfter. Richtig zu wissen. Das ist wichtiger, so eine Linie anzugreifen. Ich kann den gemacht auch schon. Okay, letzte Arbeit, Alter. Das Spiel geht fast sechs Stunden lang. Was eine Leistung. Ich hoffe, es ist unterhaltlich. An alle Leute, die bis jetzt dranbleiben. Echt. Sehr starke Leistung. äh. Äh, die Spiel hat doch Boss plus drei. Das fühlt sich wieder an, wie Legende. Was für Geräusche der gemacht hat. Ja, komm, schau doch auf mich, oder? Gut, ich hab ihm noch Schaden rein getrickt. Immer direkt heilen, sehr wichtig. Wie letzter Spieler. Da sind jetzt wieder eure Ultis ein, verdammt. Oh Gott, wer fliegt. Ich zweifle daran, dass wir das schaffen, das Ende. Ich hab beide Ultis verwallert. Und Ufer. Ach, du bist zu früh gesprungen. Ich nicht. Wegner. Das ist easy. Provozieren bisschen. Jetzt, bam. Nein, da waren wir davor. Jetzt aber. Perfekt. Nein, der ist immer noch gestorben. Ja, zack, zack. Aber richtig viele. Scheiße. Mann, die Range ist so blöd. Von der Panate. Ich hab's doch zurück geschossen, oder nicht? Ich hab's als einzigste überlebt, oder wie? Ja, jetzt sündet ihr eure Ultis an, oder was? Ja, jetzt ist er auch zu spät, finde ich. Digga, ihr hilft mir doch auch. Alter, seid ihr bedrückt, oder was? Du musst jedem helfen, direkt. Alter, ich versteh echt nicht, was die haben, hier. Alter, das ist Boss bis drei. Nein, ich check's nicht. Das ist kein Legende mehr. Ja, voll. Okay, das war auch die letzte Runde. Ja, das ist ein Overboss, finde ich. Aber, was soll ich sagen, Alter. Mit den Teammates hab ich eh keinen Bock mehr zu spielen. Auf jeden Fall an alle, die dabei waren. Einkechön. Ich will mal schauen, wie viel Geld ich hab durch die ganzen Bonis. Dann beende ich den Stream für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Follow da lassen, um die nächsten Splatoon 3s zu verpassen. Die Ende. Hab ich wieder zwölf Belohnungen. Ja, dann sammle ich die auch gleich ein. Regeneration Plus. Bin viel mehr Fan davon. G-Dom. G-Dom. Perfekt. G-Dom. Perfekt. G-Dom. 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 Perfekt. Jetzt schauen wir mal schnell. Stimmt, wir haben Ja-Zeichen bekommen, drei Stück. Bara hat sich alles mitbekommen, weil das war so viel einfach. Wie viel Geld haben wir? Eine Million, 40.880. Jo, ich bin schon ein Million mehr. Ich hatte 300.000 davor. 99, nee, 112, selben Pandemie, haben wir gefühlt 700k im Spiel gegeben. Das habe ich in zwei oder eine Woche erspielt. Schon sehr krass, auf jeden Fall. Und schöne Ausrüstung, die ihr auch bekommen. Auf jeden Fall an alle, danke, dass ihr dabei wart. Ich beende den Stream hier. Tschüss, auf Wiedersehen. Euer Alters Game Crew. Euer Alters Game Crew.